Wir werden wahrscheinlich eine andere Hintergrundmusik da reinballern, aber ich mag den nicht. Ich auch nicht. Ich finde die beiden komisch. Hier läuft gerade, kennt ihr dieses... Es geht weiter mit den Shorts, let's go! Heute stand um 8 Uhr morgens ein Kika-Fernsehteam vor meiner Tür. Keine Ahnung, wo die meine Adresse her haben. Aber ich habe sie reingelassen und sie haben mich den ganzen Drehtag über begleitet. Boah ey, das wäre so mein absoluter Horror, wenn die ganze Zeit mir so ein Kamerateam über die Schulter schauen würde. Heute habe ich mal wieder ein viel zu krasses Video gedreht, wo ich mit Explosionen und Flammenwerfern gespielt habe. Im Drehzeit hat mir die Redakteurin immer wieder Fragen gestellt, die ihr mich gefragt habt, sprich viele Behind-the-Scenes-Eindrücke. Und mir wurde gesagt, wenn dieses Video 50.000 Likes erreicht, überlegt wird, mich als Moderator bei Kika anzumelden. Nach einem langen, anstrengenden Dreh... Ihn könnte ich mir richtig gut vorstellen, als Kommentator. Also äh, Moderator, Kommentator, ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich wurde ich auch irgendwann mal von Kika angefragt, ob ich mit denen nicht mal was zusammen machen möchte. Allerdings, wie gesagt, ey, ich liebe es, meinen Kram zu machen, meine Videos. Aber Fernsehen und alles, was dazugehört, ist für mich nicht so interessant. Zumindest aktuell, vielleicht, keine Ahnung, in 20 Jahren, wenn Paletto dann, äh, wer wird Millionär moderiert? Juhu, ne, das... Okay, alles klar, weiter annehmen, kommt noch was? Retag ging es dann Pizza essen und ihr liked jetzt dieses Video, damit ich Moderator werde. Wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Warte, welche Nummer? Eins... Hört ihr das? Hier wird noch gebaut. Fünf, neun... Man konnte in GDA mit Cheat Codes cheaten? Fünf, fünf... Cheat wird aktiviert? Oh nein... Was passiert? Oh nein... Hey, ich wusste nicht, dass es das gibt. Oh fuck! Dicker, WTF! Interessant! Ich wollte einfach nur auf der scheiß Autobahn meine Aktien checken. Ich dachte tatsächlich, wie gesagt, früher gab es Cheat Codes auf Playstation 2 für GDA, musstest du diese Schultertaste, R2, L1, Kreis, Alter, und dann hast du so einen Panzer spawnen können, oder dass es keine Gravitation gibt, all so ein Kram. Letztes Jahr habe ich mir den Fuß gebrochen, dieses Jahr habe ich versucht mir den Arm zu brechen. Also sind wir ins Winterwonderland. Oh, Alter, sieht das geil aus. Für genau zwei Tage sah es in München nämlich so aus... Und da mir mein altes Snowboard nicht mehr passt muss... Das ist München? Ja, es gab einmal... Das war überall im Süden... Eigentlich glaube ich, in ganz Deutschland war ja plötzlich so Winterwonderland. Das war so geil. Vor allen Dingen Olympiapark, Olympiaberg. Mega geil. Ich bin nach 0,5 Sekunden runtergefallen und den gesamten Berg einmal runtergelaufen. Ehrlich gesagt dachte ich, ich fange mich noch, aber der Boden hat mich aufgefangen. Ich bin nach Hause! Bevor es für mich aber nach Hause geht, wollte ich noch in ein kleines Kind fahren. Das habe ich leider nicht mehr geschafft, aber den Boden habe ich trotzdem getroffen. Und damit wir schneller sind, haben wir einem Kind einen Skate-Snowboard abgezogen. Das ist ja geil. Talentiert Chili! Ja, aber gut, den könnte man auch einfach einen Snowboard nehmen. Und für den Spruch habe ich ihm selber mal den Boden testen lassen. Dann habe ich einen Anruf von meiner besten Freundin bekommen, dass ihr Balkon komplett voller Schnee ist und ich ihr helfen soll. Meine Art von Hilfe war dann der jämmerliche Versuch eines Iglus. Das war mir dann zu stressig, also bin ich wieder abgehauen. Und normalerweise stehen Zeugen Jehovas vor meiner Tür, aber diesmal war es dieser creepy... Junge, was? Und Überraschung, das war ein Cosplay von meiner Tante. Am besten fand ich aber das falsch ausgedruckte Fotoalbum. Mit dem Titel... Peters Enkel... Whatsapp! Sowas ähnliches hat mein Vater auch mal gebracht. Der hat zu Weihnachten so ein Buch verschenkt mit so ganz vielen Bildern. Und ganz am Ende waren so Bilder, die eigentlich für die Versicherung gedacht haben, für irgendwie so einen Wasserschaden. Peters Enkelkinder WhatsApp Images. Und beim Heimfahren habe ich dem Kontrolleur nochmal 60 Euro gespendet. Merry Christmas! Ah, Schwarzgefahr! Jeden Morgen werde ich vom Wind geweckt und kuschle nacheinander alle meine... mit dem auch heute ein Protest auf der Hauptstraße ansteht. Hä? Wer ist denn er hier? Wer sind denn die beiden? So ein hässlicher Mann. Hey, die beiden sind echt ein bisschen hässlich. Ihr Ekelhaften. Jetzt sind wir schon dreimal hier. Warte mal, was schreiben die Leute? Wenn Pallel ist, sollte er auf jeden Fall drauf reagieren. Warte. Was macht er jetzt? Weil wir werden wahrscheinlich eine andere Hintergrundmusik da reinballern. Hintergrundmusik. Hintergrundmusik. Ich mag den nicht. Ich auch nicht. Ich finde die beiden komisch. Hier läuft gerade... Kennen Sie dieses... We'll come to the farm. We'll come to the farm. We'll come to the farm. Ja, mach mal bitte. Oh, Gewalt ist keine Lösung. Microsoft hat Wölfe unbesiegbar gemacht. Beziehungsweise fast. Mit dem neuen Armadillo in der neuesten Snapshot-Version kann man mit Hilfe von einer Schere, nämlich diese neuen Armadillo-Scoots bekommen. Und damit kann man diese Wolf-Rüstung machen. Legt man nämlich dann diese Wolf-Rüstung jetzt an einem Wolf an, ist er nunmehr geschützt. Und das Ganze nicht nur ein wenig. Nimmt man sich jetzt ein Netherite-Schwert und kloppt ein wenig auf den Wolf ein, dann werden wir sehen, dass er einfach nahezu untötet... What? Das waren jetzt schon extrem viele Hits. Naja, nicht ganz. Wenn man nämlich wieder Rechtsklick macht, kann man praktisch diese Wolf-Rüstung wiederbekommen. Und ihr seht, das Ganze hat eine Duability. Das heißt allerdings trotzdem, solange der Wolf nämlich diese Rüstung anhat, kann er nicht sterben. Das ist wie so ein Schutzschild, der halt sich abnutzt. Und nicht so ist... Also das ist nicht... Wenn man normalerweise geschlagen wird, kriegt man ja trotzdem Schaden. Ist das Ganze kaputt, wird der Wolf dennoch genauso wie jeder andere... Aber dann kann man ja sofort wieder eine neue draufballern. Oder vorher nämlich möglicherweise sterben. Was dennoch diese Wolf-Rüstung zu einer der stärkeren Sachen im Spiel macht. Naja, das bleibt doch nicht so drin. Du könntest ja, wenn du so eine Farm davon machst und hast so ganz viele Amors... Junge, dann machst du so eine Armee von Hunden, die flexen jeden weg. Kann ich über diesen Fluss springen? Haaa... Doch, schafft er. Ich sage, er schafft's. Ah warte, schaffe ich es diesen... Ja doch, 3,47 Meter? 3,47? Boah, ich muss sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie weit Menschen springen können. Aber ich glaube, 3,47 klingt mega machbar. Ohne dabei komplett nass zu werden. Ja, 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 auf jeden Fall. Laut meinen Berechnungen ist der Fluss genau 3,47 Meter breit. Und um herauszufinden, ob ich überhaupt so weit springen kann, habe ich erstmal neben dem Fluss geübt. Und beim ersten Versuch habe ich den Absprung gefailt. Aber beim zweiten Versuch habe ich die Distanz relativ gut hinbekommen. Ja, schafft er. Nachdem ich dann die Landung geprüft habe, war ich bereit für den richtigen Sprung. Aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig getraut, einfach durchzuziehen. Also habe ich schon mal das Wasser angetestet. Aber dann habe ich gesehen, mit welcher Leichtigkeit diese Taube den Fluss überquert. Ja, die kann ja auch fliegen. Und habe den Sprung inspiriert von ihr einfach mal durchgezogen. Zack. Jaaa, da war ja noch mega viel Luft, oder? Der Boy hat doch locker vier Meter gepackt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob vier Meter viel ist. Wie gefährlich ist es, in diesem See zu schwimmen, der einfach komplett von Natur aus pink ist, ohne dass wir Menschen damit... Uh, ich glaube, der ist sturdy. Ich glaube, der ist so mega salzig. Mit was zu tun hatten. Vor 220 Jahren in Australien entdeckt, wurde Lake Hiller zuerst als Salzmine benutzt. Blöd ist nur, dass das Salz aus dem See essen giftig für uns Menschen ist. Upsi. Die pinke Farbe kommt durch eine Art von Algen. Die rote Farbe erzeugt, wenn sie in Kontakt mit Salz kommt. Und der See ist voll mit Salz. Schwimmen könnte man dort theoretisch auch, solange man kein Wasser verschluckt und sich nicht von den lokalen Behörden erwischen lässt. Krass, das ist auf so einer Insel, Junge. Das sieht so Photoshop-mäßig aus. YouTuber sind abgehoben und egoistisch. Und ach ja, ich bin auch einer. Aber kann man ein Minispiel wie Skywars nur damit gewinnen, dass man ein YouTuber ist? Haha. Sowas ähnliches habe ich doch letztens auch mal gemacht. Mit Minecraft Badwars. Wo ich gesagt habe, Leute, bitte, ich bin Paluten. Hahaha. War aber ein cooles Experiment. Ich gehe in die Runde, warte, bis nur noch einer lebt und sage ihm, wenn er runterspringt, nehme ich ihn mit ins Video. Es leben noch vier Spieler. Ist das ein Pokémon? Ist das ein Pokémon? Oh ja. Oh, da sind alle drei. Der eine ist runtergefallen. Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Komm, bekämpft euch. Haha. Warum wartet ihr? Bekämpft euch. Oh, der brennt ganz schön lang. Das ist gar nicht gut. Und er hat ihn. Let's go. Ne. Hä? Wenn du runterspringst, kommst du ins Video. Bitte, mach es. Bitte. Bitte spring einfach runter. Ich will weitermachen. Komm, wenn er jetzt runterspringt, habe ich einen von zehn Minigames, die ich in diesem Video schaffen muss. Mach es. Mach, spring. Hahaha. Junge, wie episch er das auch gemacht hat. Hallo, ich bin dein Halbjahreszeugnis. Uuuuh. Pfff. Zeugnisse. Oh, ey. Ich muss sagen, ich habe Schule so in Retroperspektive schon ganz cool gefunden. Erstens, außer Klausurphase. War immer blöd. Tests. Und Zeugnisse. Aber so vom Ding her war es schon immer chillig. Man war jeden Tag mit seinen Kollegen am Start. Es war schon ganz cool. Das Coole war halt, dass man wenig Verantwortung hatte. Und wegen mir musst du deine Eltern jedes halbe Jahr anlügen. Hahaha. Sohnemann, es ist Februar. Müsstest du nicht schon längst dein Halbjahreszeugen... Ah, ne. Weil... Interessanterweise wussten meine Eltern immer ganz genau, wann es Zeugnisse gab. ...bekommen haben. Äh, nein. In der Grundschule bin ich natürlich nett und freundlich. Stimmt, Junge. Ja, Patrick, äh, passte immer gut auf. Hatte aber Probleme beim Zählen. Du bekommst deine Eins. Und du bekommst auch eine Eins. Und du bekommst deine Eins plus mit Sternchen. Aber dann in der Mittel- und Oberstufe ändert sich alles. Leute, ich bin wieder da. Bitte sei nicht so schlecht wie letztes Jahr. Bitte sei nicht so schlecht wie letztes Jahr. Boah, es gab immer Ärger. Sebastian, keine Sorge, es ist nicht so schlimm wie letztes Jahr. Sondern es ist noch schlimmer. Wirklich? Denn dieses Jahr bin ich noch viel schlimmer. Oh nein, oh nein. Man könnte sagen, dass ich die Schüler motiviere auf meiner ganz eigenen Art und Weise. Ich hab ne Fünf in Mathe? Eine Motivationsfünf. Ey, Motivation, dieses, äh, das Lehrer schlechter geben, um zu motivieren, ist so, ist so dumm. Was für Motivationsfünf? Na, damit du motiviert bist, im zweiten Halbjahr besser zu sein. Ja, ey, ganz ehrlich. Junge, wie soll mich sowas bitte motivieren? Keine Ahnung, aber hast du schon deine Motivationssex in Physik gesehen? Ja, geil. Ich krieg ein neues Tattoo. Bevor ich aber Unmengen an Geld ausgebe, Papa, wenn du das siehst, scroll einfach weiter. Ich war nämlich wieder bei Luise, meiner Tattoo-Artist. Die hatte auch schon mal angefangen, aber... Kostet ein Tattoo so viel? Also, um Gottes Willen, ich will jetzt hier niemanden, die sollen so viel Geld dafür nehmen, wie sie wollen. Aber ich hatte nicht so ne richtige Vorstellung, was jetzt ein Tattoo kostet. Und da war ja schon einiges an Schein. Und während sie das gemacht hat, hab ich ihren Hund massiert. Ich war ja schon in ein paar Beziehungen, deswegen kenn ich mich mit Hunden aus. Nächster Schritt war erstmal ne Rasur. Komischerweise hat sie meine Beine nicht mit rasiert. Irgendwie sind Haare eklig, sobald sie nicht mehr am Körper sind. Dann hab ich die Tomate an den Hals bekommen. Mein Bruder hat's irgendwie nicht gefallen. Nicht mal Tätowiererin findet's schön. Aber hey, wenn nichts schön ist, dann ist das auch nicht hässlich. Luise benutzt doch ne spezielle Taktik, um das Blut zum Zirkulieren zu bringen. Die erste Stelle wurde tätowiert und mir tat das ganz weh. Und so glücklich sah meine Mutter auch aus, als sie mich bekommen hat. Diese ganzen Tattoos haben auch so lange gedauert, dass ich erstmal was essen musste. Ist dann denk ich auch kein Wunder, dass ich fett eingepennt bin. Und dann bin ich zum Glück aufgewacht. Oh mein Gott, das war nur ein Traum. Also Papa, wenn du bis jetzt geschaut hast, dann siehst du, dass ich kein neues Tattoo hab. Warte, hat sie jetzt eins oder nicht? Nichts, die Fortnite hätte niemals löschen dürfen. Nummer 5, Plombo. In Kapitel 3, Season 1 hat uns Epic Plombo gebracht. Das liebenswerte Dino-Wesen begeisterte sofort die gesamte Fortnite-Community und bekam einen Platz in unseren Herzen. Allerdings entschied sich Epic bereits eine Season später dazu, alle Klommos aus dem Spiel zu entfernen. Nummer 4, Skinvoting. Am 12. September 2019 bekamen wir ein neues Feature in Fortnite. Die sogenannte Community-Choice. Hierbei hatte die Fortnite-Community die Möglichkeit für einen von 3 Skin- Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass es total leicht manipulierbar ist, oder? Ah, ich find's cool. Ah, das weiß ich noch. Lootjobs waren für eine lange Zeit fester Bestandteil von Fortnite. In einigen Situationen haben die Kissen vom Himmel das ein oder andere Game gerettet. Leider hat Epic das Geschenk des Himmels in Kapitel 2, Season 4 aus dem Spiel genommen. Pro Kill bekam der Spieler, der einen anderen geholt hat, einfach 50 Leben wieder. Durch dieses Feature sind schon einige epische Momente in Fortnite geschehen. Ich muss ja sagen, ey, dieses Siphon hab ich mal mitbekommen. Aber das Ding ist, ey Junge, ich hab gar nicht so viele Leute gekillt, dass sich das gelohnt hätte. Hallo, mein Name ist Schulklingel und ich hab einen der sinnlosesten Jobs dieser Welt. Warum? Nein, Tom, der Lehrer... Ach so, ja komm. Ey, also ich muss sagen, bei uns ist es nicht so oft passiert, dass der Lehrer das gesagt hat. Endet die Stunde nicht die Klingel. Und was ist das... Weil ganz oft konnten sich die Lehrer dann manchmal auch gar nicht mehr durchsetzen, wenn alle gepackt haben. Das waren nur die richtig krassen Lehrer, die dann gesagt haben, stopp, jetzt setzt sich hier jeder wieder hin. Der Sinn meiner Existenz. Also hab ich mich dazu entschlossen, einen neuen Job zu suchen. Stimmt, mir fällt grad ein, wie ging eure Schulklingel? Bei uns war es, ich weiß es nicht, ob es bei uns ist... Dün, dün, dün... Ich glaub, wir hatten so eine ganz komische. Sind denn so ihre Stärken? Also, ich bin sehr gut darin, Schulstunden zu beenden. Weil in der Grundschule hatten wir so ein Krrrrrrrr. Wobei das immer der Lehrer eigentlich macht, was bedeutet, dass ich gar nichts kann. Und so hab ich realisiert, dass ich nur diese eine einzige Aufgabe hab und mir das niemand, wirklich niemand wegnehmen kann. So, hiermit beende ich jetzt die Stunde. Aber wir haben erst vor fünf Minuten mit dem Unterricht angefangen. Halt doch die Klappe! Ihr seid Wettschüler, ihr seid frei! Ja, jetzt beende ich den Unterricht. Okay. Ich fand's cool, wenn man so verkürzte Hitzestunden hatte, wo die Stunde nur 30 Minuten ging. Wie viele Bisse braucht man, um diese Lebensmittel zu essen? Oh, viele! Viele! Hätt ich so? Hm, 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 hm. Zwischen 10 und 15, ich... Was?! Ich hab das noch nie gezählt. Chicken Nugget? Zwei. Zwei Bisse. Ich bin, glaub ich, extra, aber ich will einfach den Chicken Nugget genießen. Sushi... Muss einfach ein Biss sein. Jaaaah, ja. Sonst zerfällt es dir. Oreo, wahrscheinlich ist das jeder mit einem Biss, aber... Nee, nee, ich crunch es auch rein. Ich mit zwei, denn ich will die Zeit mit meinem Oreo genießen. Donut schon lang... Pfff... Oh, schon so 3, 4, 5, 6 Ich habe nicht mehr gegessen, aber 7, Snackmöhren Einmal in die Mitte Und dann den Rest, also 2 Bisse Pick up Würde ich auch sagen so 4 Dieser eine Kumpel, der immer rumschreit Yo Bro, hast du Bock zu zocken? An sich schon, nur, naja Was ist los? Es wäre echt cool, wenn du dich diesmal ein bisschen zurückhalten könntest Wenn wir in der Runde sind Ich verstehe nicht, was du meinst Ja, es war immer der Gedanke, wenn man mit Revi zusammen gespielt hat Naja, immer wenn wir zocken, regst du dich übertrieben auf Und schreist nur noch rum Was? Das stimmt doch gar nicht Bro, es ist jedes Mal dasselbe Du stirbst, regst dich ultra auf Dann sterben wir auch, weil wir das Game nicht mehr hören Und der Abend ist gelaufen Also, ich weiß immer noch nicht genau, was du meinst Aber ich verspreche dir, dass ich ganz normal spielen werde Na, dann ist ja gut Lass uns mal eine Runde starten Oh Bro, von links, von links, von links Was? Wo denn? Da drüben, da kommt er Wo denn? Ich sehe ihn nicht Ey, Junge, das kann doch nicht wahr sein, Mann Bro, ich bin doch am Fighten Das ist mir so egal, Digga Immer dieselbe Scheiße hier Immer dieselbe Scheiße So schlecht, ehrlich? Und ich bin auch tot Es ist auch wieder so klar, dass du das verkackst, Mann Ne, Digga, ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich glaube, das Ding ist Rewi hat dann nicht den anderen geflamed Aber Rewi hat halt einfach im Allgemeinen geflamed Der ist dann einfach ausgerastet, der Junge Alter, ich weiß noch damals Minecraft Clash Wo ich ihm sein letztes Leben genommen habe So Leute, das war jetzt auch unser letztes Leben für heute Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal